Ah, ich bin ein Noob, das stimmt wohl. Äh, gewonnene Erfahrung, nicht allzu viel. In echt wäre wahrscheinlich die ganze Stadt vernichtet worden. Ja genau, fahr mal nach Hause, dann wird jetzt repariert, aufgetankt, keine Ahnung was da so zu tun ist. Äh, an sich ist das jetzt aber, also wenn man es mal versteht, wie das Spiel so denkt, dann denkt man, dass das Spiel denkt. So, was haben wir denn hier noch? Äh, Tutorial haben wir natürlich schon gemacht. Dann lassen wir uns erstmal hier zu unserem Firmensitz, äh, Wache betreten. Ich glaube, man kann da viel, 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 viel mehr Geld bekommen, weil sonst wäre das doch etwas wenig. Und, ähm, das Fahrzeug, jetzt erstmal nachschauen, ob das alles so in gutem Zustand ist. Reparieren kostet 50, ja gut, muss halt gemacht werden, ne? Und dann haben wir noch den, die Leute, Fähigkeiten ansehen. Ja, die müssen wir rauswerfen auf jeden Fall. Äh, äh, Gesundheit. Keine Ahnung, wir können hier nichts im Moment skillen, dafür sind wir wohl einfach nur viel zu schlecht. Ich wäre gerne Detektiv, okay. Hat eine Lavalampe auf seinem Schreibtisch stehen? Ja, das sind auf jeden Fall nette Informationen, die man hier bekommt. Und, äh, dann sollen die beiden sich mal ausruhen. Kann man die irgendwo vorspulen oder so, bis zum nächsten, bis zum nächsten Ereignis. Geld haben wir auf jeden Fall noch nicht für sowas hier. Gibt es dann auch später so richtige Pulverlöschfahrzeuge, Großtanklöschfahrzeuge. Da kommt auf jeden Fall noch einiges. Zurück zum Spiel. Ich konnte hier übrigens bei Steam gar nicht auswählen. Also, warte mal. Das wäre ja lustig. Der heißt hier ja Lava, ne? Den nennen die alle Lava, weil er eine Lavalampe auf seinem Schreibtisch stehen hat. Das ist, äh, auf jeden Fall der Burner. Wie geht denn hier jetzt wieder Menü? Wie war das, äh, Karte? Genau, Karte. Und dann zurück zum Spiel. Brennt ja noch gar nichts. Kann mal einer von euch Feuer legen? Also, irgendwie ist das so, Tutorial-Mission. Ach, ich muss jetzt erst noch eine andere Tutorial-Mission machen. Wahrscheinlich mit anderem Fahrzeug oder so. Verletzten. Oh, scheiße. Das ist jetzt ja immer ernst. Und ich kann das doch gar nicht. Hilfe! Genau hierhin will ich dich haben. Schneller! Ja, genau. Fahr am besten noch einmal drüber. Das tut jetzt am besten, glaube ich. So. Im Tutorial ist das auch alles immer so einfach. Und nachher, wenn du dann da alleine stehst und Leben retten musst, dann wird es richtig kompliziert. Äh, ja. Wie wär's mal mit nicht nur rumstehen? Hallo? Hier? Hier? Genau, da willst du hin. Und dann hier rum. Und dann, äh, können wir hier irgendwie mal was machen. Cool. Genau. Du sollst jetzt mal dein Material hier rausholen. Und dann kümmerst du dich mal ganz schnell um den Patienten hier. Äh, ich hoffe, dass ich das schaffe, weil sonst wird der arme Kerl hier wohl schmerzhaft, keine Ahnung, was tun. Sieht nach einer Explosion aus hier, so viele kaputte Autos. Schwerer Autounfall oder so, aber irgendwie komische Position, äh, den Kerl packen wir jetzt auf jeden Fall erstmal hinten rein. Ich weiß nicht, was das hier für eine Anzeige ist, auf jeden Fall sollten wir zusehen, dass wir hier... Ja genau, trampel einmal drüber, äh, ja genau, trampel einmal drüber und pack den dann wie eine Mumie ein. Das, äh, macht auf jeden Fall Sinn. Und dann natürlich hier hinten rein. Ja, mehr nur einen. Äh, teilweise doch ganz witzig. Dr. Gooden, ja, äh, lieber nicht. Wollt ihr nicht. Und dann rein da. Schneller. Dann fahr nach Hause, Kollege. Du kommst durch, ich weiß es. Das war doch jetzt schon mal deutlich, deutlich schneller als sonst. Also als einmal, wo wir das mal probiert haben. Äh, was war das jetzt für ein Geräusch? Ist der uns jetzt hinten rausgeplumpst? Ne, das scheint, äh, irgendwie der Bestätigungston zu sein. Äh, Grundausbildung, Sanitäter, okay. Also wenn man das, äh, wirklich in echt als Grundausbildung da bekommt, dann, äh, würde ich, glaube ich, nicht Sanitäter sein wollen. Psch, psch. Jetzt, oh, hierhin. Medizinischer Notfall. Äh, entsenden. Äh, brauchen wir denn beides? Ich weiß es nicht. Na, das sieht nicht so danach aus hier. Was weiß ich? Von der Schaukel gefallen. Ist jetzt, glaube ich, nicht ganz so ernst zu nehmen. Genau. Dann können wir mal loslegen. Gut, wann ist er da? Ähm. Sollte der nicht hier? Genau. Genau, kommt da angeflitzt. Und gleich ist er da, gleich ist er da. Und zwar fährt er sich bestimmt nochmal, fährt noch eine Runde um den Block, bis wir dann endlich starten können. Ja, das Spiel heißt Rescue 2, das kommt nächste Woche Mittwoch, glaube ich, raus. So, Mission starten. Unit reporting in. Ja, äh. Kollege. Hier hin. Sofort. Und dann direkt rausspringen am besten. Hallo? Willst du nicht aussteigen? Entstanden. Ja, du sollst aussteigen. Aussteigen, genau. Heute werden wieder keine Geschwindigkeitsrekorde gebrochen. Ich sehe es schon kommen. Sind da. Achso. Ich hatte gerade das Torwärts zu. Das wäre natürlich jetzt auch richtig Arsch. Wir können dir da nicht helfen, weil wir zu dumm sind, alles richtig zu machen. So. Oh, wir hätten erstmal den Koffer holen sollen, ne? Äh. Ja gut. Was man gerade eben im Tutorial gelernt hat, sollte man auf gar keinen Fall anwenden. Das ist immer das Wichtigste in diesem Spiel. Das habe ich jetzt schon gelernt. Und dann sollte ich nämlich hier, genau. Cool. Behandeln, genau. Dann wollen wir den Kerl da hinten behandeln. Ist die Musik noch passend? Weil bei mir wird die gerade auf einmal extrem laut. Und, äh, wir können ja vielleicht nochmal irgendwie mit der Kamera ran. Gut, äh, wir stehen jetzt hier neben unserer Beute und müssen behandeln. Bitte behandeln mal. Dann, äh, geh du wieder nach Hause. Mach du mal deine Arbeit irgendwo. Ich glaube, den kündigen wir demnächst. Weil der bewegt sich einfach. Guck mal, hier ein Notfall. Und der... Leute, du musst doch auch ein bisschen das Gefühl vermitteln, genau wie die übertrieben laute Musik, dass es sich hier um irgendwie einen ernsten Fall handelt. Etwas zu laut, ja. Habe ich mir schon gedacht. Dann werde ich mal ein bisschen... so... ähm... fahren. Alter, das ist aber auch eine Musik hier. Da rock ich bis zum... bis zum geht nicht mehr. Werde jetzt erstmal nochmal. Hoffentlich verblutet uns der Kerl jetzt nicht. Oder was der da auch immer hat. Weil ich musste nochmal aus dem Spiel raus nochmal eben was einstellen. nochmal leiser machen. Weil sonst, äh... hat das ja auch keinen Sinn hier, ne? Äh... Werkzeug zurückbringen. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Dann Opfer auf die Trage. Okay. Und dann... da haben wir das Opfer. Ja, guck mal. Wenn ich... wenn ich denn sowas sag, dann rennt er wieder, ne? Aber sonst... sag mal entspannt dahin. Mensch, ich bin ja... ich bin ja hier nicht irgendwie, äh... Sanitäter oder so. Geht ja nicht auf Zeit. Nee. Sanitäter sind besonders gut, wenn sie langsam arbeiten. Weil sonst, äh... kriegen wir ja noch hier Geschwindigkeitsrausch oder sowas. So. Komm rein damit. Schnell. Wir müssen... Wir müssen los. Äh... bewegen. Ja, der sollte auch jetzt drin sein. Warum steht der denn, Opfer auf Trage heben? Egal. Ignorieren wir das. Wir steigen ein. Und dann können wir... äh... zum Krankenhaus transportieren. Genau. Und damit sollten wir es dann geschafft haben. Ich weiß nicht. Können wir jetzt so... einfach hier frei ein bisschen durch die Stadt? Uns die mal anschauen. Nein. Nein, nein, nein. Du gehst bloß zum Krankenwagen. Alles andere ist ganz böse. Und da ist er wieder runtergefallen. Das bedeutet, Mission erledigt. Eine Stufe höher. Schön. Ähm... Kosten, Rettungspersonal, Opfer, Bonus insgesamt. Einkommen nicht das Größte. Also ich glaube, insgesamt müsste man das deutlich schneller machen. so... Ja, TV. Ja, TV. Komm. Ab nach Hause. So. Wache betreten. Dann müssen wir erstmal schauen, haben wir hier Reparaturen. Alter, wie fahren die denn damit? So eine kleine Fahrt, 75 Euro Reparaturen. Wir haben mal die Liege... Ach ja, klar. Wenn die Liege hinten rausfällt und es erstmal Dong macht, dann muss natürlich auch einiges kaputt gegangen sein. Und dementsprechend, äh... Sieht das auch aus. Jetzt können wir wahrscheinlich wieder auf die Karte gehen. Das nächste Tutorial machen. Ja, ich hab das Spiel durchschaut. Mission Start. Gut. Die nächste Übung wird das, denke ich, sein. Äh, was müssen wir jetzt machen? Rüste einen Verteiler aus. Äh... Äh... Darf ich sowas schon? Ist das nicht, äh, zu hoch für mich oder so? Wahrscheinlich muss ich, äh... Hier Verteiler... Wie das auch immer geht. Wir machen's. Denn erstmal hier hin, oder was? Okay. Verteiler gelegt. Verteiler vorbereiten. Äh... Klick auf Einrichten. Hä? Aber dann will ich den hier hinstellen. Dieser gelbe Schlauch ist dann wohl dieser Verteiler. Und dann, genau, davon ist dann dieses Verteilerstück. Und, äh... Jetzt lassen wir uns am besten noch mehr Zeit, damit die Leute auch bloß schön schnell sterben. Langsam sterben. Äh... Dann renn du mal los. Und hol dir da eine Düse. Und du kannst die hier anbauen. Und der Kollege hier kann die auch anbauen. Und zwar da. Komm, beeil dich. Ich hab mal gehört, dass das Spiel hier irgendwie mit Rettung ist und auf Zeit geht. Also, das ist... Aus der Entfernung macht man das so. Na gut, wenn du das sagst. Löschmittel. Ungeeignetes Löschmittel. Was ist denn hier das geeignete Löschmittel? Äh... Schalte den Strom am Verteilerkasten aus. Ja gut, dann kommst du erstmal mit hier, Kollege. Löschen. Und dann... Ne, ne, bloß nicht. Löschen. Elektrischer Schalter. Jetzt kriegt er bestimmt ein Gewicht und ist tot. Darauf warte ich ja. Und der hier darf nochmal eine Salbe abballern. Da drauf. Ungeeignetes Löschmittel, Alter. Was machst du hier eigentlich? Ja gut. Die Brenne breiten sich wieder aus. Und, ähm... Ja, hier musst du jetzt wahrscheinlich Werkzeug lösen. Das könnte ich mir noch vorstellen, dass der halt sein Werkzeug abgeben muss. Ah, der muss das fallen lassen. Werkzeug ablegen, genau. Und dann, äh... Dann werden wir vielleicht hier was reparieren können. Aber gleichzeitig müssen wir den hier noch sagen, dass er das Ganze ein bisschen in, äh... Jo, und damit haben wir es dann geschafft. Okay, also wir haben jetzt gelernt Strom ausschalten, weil blaue Flammen kann man nicht mit Wasser löschen. Sollen wohl irgendwie elektrische Überschläge oder sowas sein. So. Dann mal Missionen. Aber wir haben jetzt kein neues Fahrzeug gekriegt. Wir haben ja auch keinen Fall irgendwie. Was haben wir hier? Äh, die Lokalnachrichten haben. Filmmaterial werden wieder ausgestrahlt. Och, das ist nett. Ah, cool. Also wir haben jetzt quasi hier einen Auftrag erfüllt. Und wir haben den so gut gemacht, dass, äh, die, äh, sich quasi öffentlich dafür bedankt haben. Oh, 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 Mission starten. Dann müssen wir hier... Machen wir mal das große... Machen wir mal die große Nummer, würde ich sagen. Ja, äh, das... Ich glaube, das ist ein Übungsplatz, deshalb auch Tutorial, weil sonst kann ich mir das irgendwie generell nicht vorstellen. Da direkt ein Hydrant und alles, das ist ja doch schon so ein bisschen merkwürdig. Also am wichtigsten ist, glaube ich, erstmal löschen, ne? Damit man überhaupt zu den, äh, zu den Leuten hinkommt. So, Mission starten. Oh, das gibt aber hier einen Großbrand, Kollege. Das ist ja ganz, äh, tricky. Du kommst hier hin, würde ich sagen. Ne, äh, du gehst da hin. Und der hier geht... Da hin? Da hin. Da, hier, genau. Der blockiert jetzt nämlich den Weg für den anderen am besten. So macht man das nämlich, wenn man professionell arbeitet. So, und dann erstmal hier Team darf aussteigen. Dann, äh, können wir nämlich hier erstmal an Wasserquelle anschließen. Da dürfen wir gar nicht. Müssen wir erst... Musst der hier... Das Tor hier aufmachen. Mit der Axt haut er hier zu. Ey, das ist ein Mann, äh, der weiß, was er tut. Den dürfen wir auf keinen... Ist das Lava? Ne, das ist nicht Lava. Er hier ist Lava. Das ist der Mann mit der Nachttischlampe. Äh, Schreibtischlampe, sorry. Aber ganz ehrlich, also ich finde die Lavalampen ja saukool. Ich, äh, mag die Dinger. Habe ich zwar nicht mehr. Hatte ich früher als Kind so. Fand ich richtig cool. Aber habe ich mittlerweile leider, leider nicht mehr. Yo, geh durch die Mülltonne. Kollege, du hast es drauf. Du weißt, wie mein Brennen löscht. Also, ich meine- ...